so ein weiteres deathmatch hier bei sonotic und wir beginnen jeder gang jeden so gucken ob ich noch ein paar waffen noch kriege ein paar items noch kriege vielleicht ja das sieht eigentlich ganz gut aus jetzt nicht mehr beim nächsten mal muss es besser werden das ist gut junge oder was 1 gegen 1 jetzt sagt mir das keiner da gegen elis ich krieg den ich bin ein schlechter spieler so wenn man keine waffen mehr hat ne oder keine munition mehr hat wo ist er denn jetzt so Aaaaah, aaaah Rappedeit Bist du raus, du ab? Oh, der einfach ab von mir. Geh mal ja rein. Das hab ich schon erwartet, wa? So war's aber auch. Oh, dann willst du mich nicht. Ich brauch kein Waffen mehr. Ich hab kein Waffen mehr. Komm jetzt. Rutsch. Wie geht das jetzt? Ja. Auf dich. Auf Waffen. Ja, man muss ein bisschen durchhalten hier. Das ist klar. Ich hab's schon vorbereitet, Junge. Ich hab dich. Hab dich. Ich hab's schon mal gesehen. Dann kann ich ja auch. Aber das ist cool, danke. Wo ist er denn? kollege hatte ich ein bisschen schwerer stellen spielen vielleicht so auf dem mittel würde ich mal sagen das wäre ganz praktisch weil einfach ist dann irgendwann mal zu einfach also zum einkommen in das spiel ist auf jeden fall ideal ich komme jetzt irgendwo entgegen hier unsere kollegen jetzt ich werde gegen den autobus gehen aber jetzt ist er ja oh wie schattet er mich jetzt habe ich mir ein bisschen werfen rum ich kann nicht mehr oder Ah, hier ist er ja. Ich hau mal ab, tschüss. Ich brauch ne bessere Waffe irgendwie hier. Wo ist der Kollege jetzt? Ah, hab ich nie, okay. Manche widerspenstig hier. Der haut einfach auf hier. Er haut einfach auf hier. Oh, la, geht der. Ich weiß nicht, ob wir schon mal getötet haben, was wir sehen, was wir? Oh, oh. So, der kommt da auch nochmal. Oh ja. Wie der mal erledigt ist, das dauert ja irgendwo. So, noch kurz der rein. Oh ja. Ist er auf der Ende hier? Oh ja. Moin Junge, hast du schon nachgeladen? Da ist er doch. Da ist er noch geladen hier. Verdammt. Oh ja. Ich werde wieder neue Vorbereiten hier haben. Ah, das ist lang. um Oh hei, das ist kaum unerwartet. Angriff von hinten. Oh, jetzt ist er nicht. So, Zeit vorbei. Sieben Punkte.